Ich schlafe viel. Warum, Eric? Die Träume. Warum? Oh Gott, diese Träume. Wieso, Eric? Rachel. Du hast deinen Vater hier allein gelassen. Ihretwegen hast du ihn hier gelassen. Du bist nur gekommen, weil sie tot ist. Du hast kein Recht, so über sie zu sprechen. Ich möchte dich hier nicht mehr sehen. Geh bitte. Woher kennst du diesen Ort hier? Er liegt sehr weit westlich. Eine Verschnaufpause, Mr. Black. Ist doch so, oder? Die alte Hütte. Das ist jetzt ihr Zuhause. Es sind nur wir zwei hier. Es gibt nur dich und mich. Irgendetwas verfolgt sie, Mr. Black. Ich kann es sehen. Du bist immer zu deinen Wurzeln zurückgekehrt. Ja, du folgst einfach deiner Abstand. Esther! Esther! Was geht hier vor? Nichts, was ich nicht mit ein wenig Ehrlichkeit beheben ließe. Wer ist da? Das Kind des Teufels. Was haben sie getan? Sie sind ein böses Omen, Mr. Black. Was haben sie getan? Und die Erde sei verflucht, auf der sie gehen. Sie war eine egoistische, gottlose Ruhe. Ich hoffe, sie hat große Schmerzen gehabt. Was haben sie getan? Was haben sie getan? Was haben sie getan? Was haben sie getan?